Jo Freunde, ich habe gestern von Epic Games eine E-Mail bekommen, in der drin steht, dass ihr eine kostenlose Lackierung bekommen könnt. Hier blende ich euch die Lackierung auch schon mal direkt ein und ja, sie sieht ziemlich nice aus und ihr müsst dafür eigentlich nur in eurem Fortnite Item Shop meinen Creator Code RobinKrey eingeben. Mein Creator Code ist unten eingeblendet und ich zeige euch natürlich auch gerne nochmal, wie man das macht. Ihr geht hier einfach auf Item Shop, drückt auf Unterstützer, einen Creator, klickt hier auf Ehre natürlich RobinKrey ein und ich würde mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Ihr dürft mir natürlich auch immer gerne auf meinem Handy per WhatsApp ein Bild oder ein Video senden, wenn ihr mich eingetragen habt oder etwas überhaupt im Fortnite Shop gekauft habt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, ihr unterstützt mich damit und es kostet für euch wirklich einfach keinen Cent mehr. Also hier bestätigen nicht vergessen und schon steht dort drinnen, unterstützter Creator RobinKrey. Groß- und Kleinschreibung ist auch scheißegal Freunde, könnt ihr schreiben wie ihr wollt. Ihr unterstützt mich damit wirklich mega und bekommt dann auch noch eine kostenlose Lackierung. Zeitraum ist vom 8. bis 23. Februar und ihr bekommt dann die Lackierung mit dem nächsten Update 7.40. Das Update erscheint dann wahrscheinlich nächste Woche oder in zwei Wochen, mal gucken was sich Epic Games da einfallen lässt. Alleine für diese mega Ehrenaktion von Epic Games Freunde, drückt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich auch sehr freuen und ballert in die Kommentare irgendwas rein, falls ihr mich als Creator eingetragen habt. Oder auch nicht Freunde, das soll es von dem Video eigentlich auch schon gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur, dass ihr diese kostenlose Lackierung bloß nicht verpasst. Würde mich freuen, wenn ihr mich eintragen würdet. Das war es mit dem Video, wir sehen uns am Wochenende auf jeden Fall mit Streams wieder. Haut rein, bleibt gesund, ciao. Bis zum nächsten Mal.